Jo, meine Leute, herzlich willkommen zum vierten Spieltag mit den Predictions der UEFA-JUOFA-Konferenz-League-Saison 23-24 am vierten Spieltag los geht's. Alle Top-Spieler live auf RTL Plus und in der RTL Plus-Konferenz. Los geht's heute um 16.30 Uhr. FK Astana gewinnt 2 zu 1 gegen KF Balkany Suareka rund um 18.45 Uhr. FK Kugariki unterliegt AC Florenz 2 zu 5. Dann Ferencvaros Budapest unterliegt KRC Genk mit 1 zu 2. FC Nordschiland gewinnt gegen Spartak. Trnava mit 2 zu 1. Dann HJK Helsinki gegen Eintracht Frankfurt. Das Ganze geht 0 zu 6 aus für Eintracht Frankfurt. Herzlichen Glückwunsch. Paok Saloniki unterliegt FC ADAD mit 1 zu 2. Liga Warschau gewinnt gegen HSK Zrinski Mostar mit 3 zu 1. Dann Beziktas Istanbul verliert gegen FK Boudou Glimp 1 zu 2. Und Viktoria Pilsen gewinnt 1 zu 0 gegen Dynamo Zagreb. So, das war's vom 4. Spieltag mit den Predictions der UEFA Conference League Saison 23, 23, 24. Spieltag Teil 1 von 2. So lassen, leichter lassen, aber gut kick. Ciao. So... Vielen Dank.